Und ein Moinzen zu den dieswöchigen VfB-News. Um ein bisschen was durchzugehen, haben wir auch diesmal tatsächlich zwei Spiele quasi in der gleichen Zeitspanne, oder fast drei Spiele in der gleichen Zeitspanne von einer VfB-News-Episode, aber geht doch, glaube ich, in Ordnung von einer Menge in dieser Woche. War ja genug mit den Spielen, deswegen war nebenher jetzt nicht so krass viel. Traurige Wahrheit, aber wenn die Ablenkung durch Vereinsfußball wegfallen würde, drehe ich, glaube, endgültig durch. Ich glaube, den Tweet kann man fühlen, fühle ich. Dann hier VfB-Führungsduo Hitzesberger und Vogt in Quarantäne. Das war vom 16.04. der Artikel vom Kicker, die, ja, keine Ahnung, mit Kontaktpersonen, und irgendwie nachdem zwei Mitarbeiter der VfB-Geschäftsstelle positiv auf Covid-19 getestet wurden, auch in Quarantäne-Hitz, ist laut dem Artikel jetzt schon seit zwei Tagen raus, aus der Quarantäne, Vogt einige Tage länger, weiß nicht, ob der noch in Quarantäne ist, aber am Ende des Tages ja auch nicht so schlimm, wie wenn es zum Beispiel ein Spiel in Quarantäne wäre. Die sind ja auch, glaube ich, keiner Symptome oder sowas, deswegen alles entspannt, glaube ich. Dann Vogt. Wenn alle Rahmenbedingungen geklärt sind, hoffen wir als VfB-Stücker zur Saison 20, 22, 20, 23 Mädchen- und Frauenfußballspielen zu sehen, äh, Frauenfußballmannschaften spielen zu sehen. Schönes Ding, Frauenfußball wäre auch schon länger auf der Agenda beim VfB, jetzt scheint es zu passieren, dann in dem Jahr anderthalb, schönes Ding. Dann rund ums Unionsspiel, ich glaube, viele vergessen, dass wir nach 28 Spielen mit 39 Punkten dastehen, wollte ich auch einfach mal nur so in den Raum stellen, für alle, die jetzt irgendwie durchdrehen. Ähm, Zug nach Europa ist hiermit abgefahren und ich bin erleichtert darüber, das ist, glaube ich, auch das allgemeine Bild von den Fans, ich glaube, die war, ich glaube schon fast, dass die Mehrheit, vielleicht nicht krass die Mehrheit, aber schon die Mehrheit, äh, erstmal nicht so Bock hätte auf Europa und erstmal gucken will. Dann ein bisschen da zum Thema Ausstiegsklausel bei Trennen und speziell bei Pellegrino Matarazzo. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Rino auch nächstes Saison bei uns sein wird. Ne, liest sich immer schön am Ende des Tages halt im Fußball, trotzdem nur irgendwelche Worthülsen, deswegen mal gucken, wir glauben ihm einfach mal. Ähm, dann auch sehr schön hier vom Schalke-Fan hier, vom Gamer-Brother Hoffenheim und Aug... Hat nichts mit dem VfB zu tun, aber ich fand es einfach lustig. Hoffenheim und Augsburg sollten abmelden gehen, nachdem die gegen Augsburg gewonnen haben und eben auch davor nur gegen Hoffenheim, jetzt auch wieder gegen Freiburg aufs Maul bekommen, jetzt auch dann durch den, äh, durch den Lager bei Bielefeld offiziell abgestiegen. Sehr, sehr schade für Schalke und auch für die Bundesliga auf jeden Fall. Rein vom Klub, rein von Fans, rein von dem, ich kenne auch keinen Bundesliga ohne Schalke, deswegen ist es rein von dem sehr, sehr schade und wir hoffen, dass sie zurückkommen, so schnell wie möglich, aber rein sportlich natürlich einer der verdientesten Abstiege der letzten Jahre. Äh, dann hier auch ganz lustig, 15. Februar nach dem Spiel gegen Wolfsburg, Rose geht, 13. April nach dem Spiel gegen Wolfsburg, Hütter geht, 18. April nach dem Spiel gegen Wolfsburg, Flick geht, merkt ihr was, alle Augen auf Stuttgart nächste Woche, ist zum Glück nichts passiert nach einem Wolfsburg-Spiel, zum Glück nicht. Ähm, und hier auch rund ums Unionsspiel noch so ein bisschen Funfact, aus der Stuttgarter Startelf, die im Mai 2019 in Berlin abgestiegen ist, stand gestern nur ein einziger Spieler auf dem Platz. Ähm, wir haben hier Zieler, Aogo, Badstuber, Kabak, Pavar, Askasibar, Zuber, Akolo, Gentner, Donis und Gonzales. Heißt, der einzige auf dem Platz war Gentner und das ja auch nicht mal bei uns, sondern bei Union. Ganz, ganz wildes Ding. Ähm, ja, krass. Einfach krass. Aber, ne, bei dem Umbruch nach dem Abstieg mit gefühlt 18, 9 und 18 Abgängen war das so ein bisschen, ne, klar, dass das jetzt so aussieht, wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht dann. Stellungnahme des VfB-Spieler zu den veröffentlichten Super League-Planungen kam auch raus, habe ich auch ein Video dazu gemacht, zum Super League-Ding gerne abschenken, finde ich sehr gelungen. Habe ich, feiere ich, fühle ich selber. Ähm, und hier natürlich auch lehnt der VfB ab, logisch, schönes Ding. Dann, ähm, haben wir hier Bildartikel, VfB will mit Super Ösi verlängern, also mit Kalajdzic. Ja, auch nochmal schön aufgenannt hier. Allein im Laufe dieser Saison haben Nikolas Gonzales, Vertrag bis zu 24, Mangala auch 24, Sosa bis 25, Endo bis 24 und weil man Gedug hat, bis 24 ihre Kontrakte frühzeitig ausgedehnt, bald soll ein weiterer Star hinzukommen. Kalajdzic, der hat Vertrag bis 23, ähm, mal gucken. Ein bisschen, der hat meint, äh, wir wissen, wie gut er ist, wir werden die Gespräche mit Sascha Spelsens im Sommer führen, entweder noch vor oder nach der EM. So, dann ein weiterer Flashback. Vor zwei Jahren, also nicht genau, ne, vor vier Tagen, am 20. April kam der Post, VfB-Reminder auf Twitter. Vor zwei Jahren, der VfB kassiert seine mit höchste Bundesliga-Niederlage jemals in Augsburg. Endstand 0 zu 6, nach dem Spiel wird Chefcoach, Markus Weinzer entlassen, der VfB-Start mit vollenden, der Elf. Zieler, Kempf, Baumgartel, Pavard, Insua, Kabak, Zuber, Castro, Eswein, Gomez, Gonzales. Auf der Bank, Kral, Beck, Aogo, Tommy, Didavi, Akolo, Donis. Bruder, davon ist auch, das ist krass, das ist krass. Aber das weiß ich noch hier, Kabak einfach ins Mittelfeld gestellt in so Geschichten. Das war eine wilde Nummer, war ja auch auswärts dabei. Ist schon eine legendäre Auswärtsfahrt gewesen, muss man einfach so sagen. Auch der Vlog, gut angekommen damals, sehr, sehr lustiges Ding gewesen. Dann hier, Partnerschaften mit Banken in der Bundesliga wurden hier rausgeballert und scheinbar kriegen wir tatsächlich am meisten Kohle. Wir bekommen sechs Millionen von der Mercedes-Benz-Bank. Ja gut, aber ich meine, die sind ja auch auf Trikot und Mercedes-Benz-Arena und hier und da. Deswegen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man das groß mit irgendwelchen anderen vergleichen kann. Ich glaube, da steht keine Bank irgendwo anders noch so krass im Fokus oder so krass auf Trikots und so weiter wie bei uns. Deswegen macht es, glaube ich, schon am meisten Sinn, dass wir da die meiste Kohle einnehmen. Dann hier zu González. Wir wollen Nico langsam aufbauen und kein Risiko gehen. Womöglich ist er in drei Wochen wieder dabei. Das war vor drei Tagen, vor dem Wolfsburg-Spiel noch. Das ist schon böse. Bei Mangala gibt es noch kein richtiges Update, aber da wird halt auch noch eine Woche, zwei fehlen bestimmt. Und dann, so ist er ja auch noch zwei, drei Wochen. Also das ist halt alles nur noch in Richtung vielleicht Gladbach oder vielleicht noch Bielefeld letzten zwei Spiele. Mehr ist da halt wirklich nicht zu sehen. Das ist echt krass. Und dann hier Stuttgart. Allerdings wurden Kaminski, González und Eckloff negativ getestet. Drei VfB-Profis in Quarantäne. Das war auch noch vor dem Wolfsburg-Spiel. Wie gesagt, sind die drei Kollegen hier zum Glück ja eh keine, die irgendwie krass wichtig sind für die aktuelle Startelf. Lev Kaminski bestimmt oder war es auf jeden Fall bei Union jetzt ja nicht mehr, nachdem die Abwehr wieder steht, nachdem alle Gelbsperren abgesessen sind. Und González eh verletzt. Eckloff genau das Gleiche. Und dann hier VfB. Wichtiges Ding. Fünf Bewerbungen für das Präsidentenamt beim VfB. Am 19. April, mein Geburtstag, sehr schönes Ding. 2.21. endete die Bewerbungsfrist für das Präsidentenamt und die weiteren Präsidiumsmitglieder für das Amt des Präsidenten. Der Präsidentin sind fünf Bewerbungen eingegangen. Diese sind in alphabetischer Reihenfolge Dr. Wolfram Anders, Friedhelm Müller, Pierre-Enric Steiger, Klaus Vogt und Volker C. Für die weiteren Sitze im Präsidium sind insgesamt sechs Bewerbungen eingegangen. Rainer Adrien, Hubert Deutsch, Silvio Meisner, Christian Riedmüller, Markus Scheurer und Christoph Seeger. Wie gesagt, das Ding läuft ja dann, ähm, Gott, 18. Juli. 18. Juli, nicht Juni. Ich verwechsel die ganze Zeit. 18. Juli 2021. Format ist noch nicht ganz sicher. Man will es, glaube ich, in der Arena machen wieder mit Menschen halt. Aber das war es seit einer Pandemie nicht. Natürlich auch dann direkt der Post hier von Ricky Palm. Vogt, Riedmüller, Adrien. Ciao. Direkt die Kombi, die, ja, weiß ich, ob alle Fans, aber das ist auch so die größten Namen, die mir da so auffallen und von der Sympathie von Fans. Sonst da auch gerne mal in den Kommentaren reinhauen, wenn ihr das sehen wollt aus den ganzen Bewerbern. Dann hier auf Forbes Stuttgart erhält Nachhaltigkeitszertifikat. Schönes Ding. Als sechster Fußballprofi-Club aus Deutschland das Nachhaltigkeitszertifikat Sustain Club der DEKRA. Schönes Ding, schönes Zeichen. Und dann hier Mislintat, hat ja auch irgendwo ein Interview gegeben. Für nächste Saison schon ganz gleich, auf welchen Platz wir diese Saison abschließen. Ganz unabhängig davon, ob wir es vielleicht noch in den internationalen Wettbewerb schaffen. Weil, wie gesagt, auch vom Wolfsburg-Spiel. Nächstes Jahr geht es nur darum, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. So clever sollten wir hier sein und hoffentlich auch unser Umfeld. Und ich glaube, das sind wir uns auch allen bewusst. Die zweite, wie gesagt, ich glaube, das ist statistisch, hat das sogar nicht mal irgendwie einen Rücken quasi. Das hat gar kein statistisches Ding. Aber vom Gefühl her, zweite Saison nach dem Aufstieg, immer eklig. Immer eklig. Dazu startest du ohne Silas rein. Vielleicht musst du noch irgendwie einen dicken Abgeben im Sommer. Deswegen, nächste Saison heißt auch, dass das Saison zählt wieder wie vor dieser Saison mindestens oder wenigstens Platz 15. Dann Vogt mit großer Bestürzung und tiefer Betroffenheit habe ich gestern Mittag erfahren, als Kevin uns verlassen hat. Kevin wird für immer ein Teil unserer VfB-Familie bleiben. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau, seiner Familie und seinen Freunden. Da gab es ja auch einige Aktionen rund um den VfB-Fan. Da hatte ich ja, glaube ich, auch einen Podcast drin, wo sie da einen Banner hatten, die VfB-Fans im Stadion oder auch die VfB-Spieler auf dem Rasen dann. Also nicht beim Spiel, sondern beim Training auf dem Rasen quasi. Hier VfB an Chabrol interessiert. 18 Jahre alt, würde von Paris Saint-Germain kommen, zentral offensives Mittelfeld. Vertrag läuft zum Saisonende aus. Abschied wahrscheinlich. Er wird aber scheinbar laut hier Fußballtransfers lieber in Frankreich bleiben, aber VfB außerseits der Chancen. Und ja, es sind Franzose. Es ist halt, es ist halt Misslind hat durch und durch. Du hast in ein paar Jahren nur noch ein ganzes französisches Team auf dem Rasen stehen gefühlt, übertrieben gesagt. Aber mal gucken, ob da was geht. Das ist wieder so ein Cissé-Ding, glaube ich, oder so ein Koulibaly-Ding. Das kam ja auch vom PSG oder Koulibaly. Sky-Interview stellt, Misslind hat die Frage nach Top-Transfers. Misslind hat Grinsen nur kurz in sich rein, fängt anzustrahlen und antwortet dann, für mich war das ein, wenn ihr wüsstet. Und die Kommentare dazu hier auf Twitter, auch so geil. Natürlich direkt die Hoeneßbilder, wenn sie wüssten, was wir im Sommer alle sicher haben. Das ist so schön. Aber mal gucken, Misslind hat da bestimmt schon ein paar Leute auf dem Notizblock stehen, 100%. Dann hier verpflichtend für Vereine der Bundesliga und 2. Liga. Ab 12. Mai DFL ordnet Quarantäne-Trainingslager an. Ab dem 12. Mai müssen also alle 36 Erstliga- und Zweitliga-Vereine oder alle Profiklubs in Quarantäne fröhlich nochmal für die letzten zwei Spieltage dann. Weil nächste Woche ist ja erstmal, ja, für die letzten zwei Spieltage dann, wenn ich das alles noch richtig im Kopf habe. Und die letzten drei, weiß ich gar nicht, bin ich gerade so blöd. Letzten zwei, drei Spieltage auf jeden Fall alle nochmal schön in Quarantäne-Trainingslager. Ja, aber, na, muss halt bestimmt doch schon irgendwie sein. Macht man ja nicht einfach so aus Jux und Dollerei. Dann hier auch schön, wie gesagt, Kevin immer bei uns, hing auch bei der Kanjana-Kurve im leeren Stadion gegen Wolfsburg dann. Und hier wird wieder gesammelt, Geld wird gesammelt für klinische Forschungsprojekte zur Leukämie-Therapie am Universitätsklinikum in Heidelberg. Dahin wird es gespendet, da Kevin dort in den letzten Monaten gehandelt wurde. Eine weitere sehr schöne Aktion rund um unsere Fans, Ultras, wie auch immer du es nennen willst. Es gibt sehr viele schöne Aktionen, hier auch gemeinsam helfen. Das ist genau das gleiche Ding, wo sie, glaube ich, dann für Bürgerinnen und Bürger in Stuttgart einkaufen und so weiter aus der Ultra-Kruppierung oder aus den Fangruppierungen raus. Sie sind eben doch nicht die ganz schlimmen Raudis, wie sie oftmals dargestellt werden. Also es gibt schon auch beim VfB vor allem sehr, sehr viele sehr schöne Aktionen von unseren Fans. Dann hier, who's best auf Instagram, Fußball-Stats, was sagt Erik Thommy, was sagen die Statistiken? Ich gehe mal die Statistiken durch. Bester Abschluss tatsächlich, Schussgenauigkeit hat Endo, er meinte Kalejcic. Tempo hat er mit Silas richtig gehabt. Zweikampf bei Mafropanus tatsächlich, er hat er auf Anton getippt. Passen, Anton Bester mit 90%, zweikampf 68% bei Mafropanus. Hat er richtig getippt mit Anton bei Passen. Fouls tatsächlich Silas, 1,72, er hat er auf Kempf getippt. Dribblings, Mangala tatsächlich, 3,3 erfolgreich pro Spiel, er hat er auf Sosa getippt. Und gesamtbeste Leistung auf Silas getippt. Das war auch richtig, war auch schön, die Kommentare dann da drunter zu sehen. Wo dann Mangala und hier Sosa und so weiter ein bisschen geschrieben haben. Hier Mangala, Dribblings war doch klar, Bruder. Dann schreibt Superman, Brate, we are like Messi, where are crosses? Wollte Sosa wissen, wo sind die Flanken? Das hätte ich gewonnen. Und dann noch der Endo-Abschluss war auch klar, Bruder. Ah, wunderschön. Also ich glaube, die Chemie im Team, die stimmt auf jeden Fall. Dann wurde etwas verlegt. Auf den 7. Mai wurde vorverlegt. Wir hätten eigentlich gegen Augsburg gezockt, glaube ich, am Sonntag, 9. Mai. Es müsste um 18 Uhr gewesen sein, genau. Da trifft jetzt Hertha auf Bielefeld. Mussten ja ihren Plan so ein bisschen umschmeißen mit den, ja, Neuterminierungen. Weil die Berliner jetzt ja auch dann gefühlt zwei Wochen am Stück alle drei Tage zocken. Weil sie halt Spiele nachzuholen haben. Und wir wurden vorgerückt auf den 7. Mai. Das ist ein Freitagabend, also auf der Zone. 20.30 Uhr, Heimspiel gegen Augsburg. So, und dann hier auch schön. Pellegrino Materazzo ist jetzt 479 Tage im Amt. Das war vor zwei Tagen der Tweet. Hannes Wolf war 494 Tage im Amt. Augsburg wurde auf den 7. Mai vorverlegt. Ihr wisst, was das heißt. Augsburg immer so der Trainerkiller. Aber ich glaube, das ist ein bisschen, alles nur Spaß, alles nur Galgenhumor. Wird bei uns dann sowieso nicht passieren. Warum sollte man Materazzo jetzt rausschmeißen? Dann hier, Nikola, was man auf jeden Fall, was da vielleicht sein könnte. Tatsächlich bleibt man da eben kurz. Nachdem jetzt ja Augsburg gestern auch noch verloren hat gegen Köln. Die sich irgendwie gerade wieder ordentlich berappeln unter Funkel. Die rutschen da auch voll unten mit rein. Gab kein sicheres Bekenntnis. So herrlich. Es kann gut sein, dass dann nächste Woche bei Augsburg ein neuer Trainer auf der Bank hockt. Neuer Trainer-Effekt für Augsburg vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht kriegt man ja auch einen alten Bekannten. Vielleicht holen sie sich ihren Weinziel zurück, mit dem sie erfolgreiche Zeiten hatten. Das wäre natürlich auch so ein Ding. Wenn dann nächste Woche Weinziel das erste Spiel für Augsburg beim VfB ist, wäre auch so ein Ding. Mal gucken. Die Gefahr ist auf jeden Fall da für Augsburg oder für uns oder wie auch immer, dass Augsburg da mit dem neuen Trainer aufläuft nächste Woche. Übernächste Woche. Sorry. Dann hier, Nikolas Nathai zeigt da heute in Sandhausen. Haben ja gewonnen gegen HSV. Sicher auch einen von mehreren Faktoren, warum der VfB Castro nicht mit dem unterschriftsfertigen Vertrag hinterhergerannt ist. Der scheint da recht gut zu spielen. Scheint auch tatsächlich da links Außenverteidiger, links Mittelfeld zu spielen teilweise. Deswegen glaube ich, mit dem wird auch gerechnet im Sommer, dass er auf jeden Fall seine Chance bekommt. War ja von Köln geholt, meine ich. Dann ist er zu Rostock ausgegeben worden, jetzt bei Sandhausen. Sich überall gut geschlagen auf seinen Leihdingern, von was man halt so liest. Habe jetzt selber nicht gesehen oder sowas den Kollegen. Deswegen lasst er im Sommer kommen. Lass gucken, was der Kerl drauf hat. Und zum Abschluss noch, es gab ein Interview mit Ludovic Manjar. Das sind so ein paar geile Namen. Das sind so Namen wie Ludovic Manjar. Das sind Kali Boularouge, das sind Ricardo Osorio. Wir hatten schon ein paar geile Außenverteidiger in unserer Zeit. Ein paar legendäre Namen, auch Meister geworden mit uns. Und der vergleicht noch das aktuelle Traum-Duo der Schwaben mit Mario Gomez und sich selbst. Also sagt, ich sehe in Sascha Kaleitsch und Borna Sosa tatsächlich so ein Duo wie uns. Schönes Ding, schöner Abschluss. Morgen kommt das Leipzig-Spiel. Wie immer, Quellen und so weiter, alles drin. Stand der Dinge ist hier 10.30 Uhr, 11 Uhr an diesem schönen Samstag. Und sonst macht euch einen schönen Samstag. Macht euch ein schönes Wochenende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Zuhören, was auch immer bei Podcast-Teils zutreffend ist. Vermutlich eher zuzuhören. Aber auf YouTube gibt es ja auch was zu schauen mit den Bildern. Mal keine Ahnung. Und bis zum nächsten Mal. o o o o o a o o Untertitelung des ZDF, 2020